wo ist denn elli? abgehängt da kommst du doch ja die schleicht noch also sind ja da vorne ja aber das waren immer nur vier jetzt nicht mehr hey und wenn man nicht die munition verbrauchen was haben wir denn davon? ja da und eh noch müsst ihr mal irgendwo sein ich will stück schon schmacht kommt noch einer aber ist einfach wieder rausgegangen gerade eben ja ja da ist rausgegangen sind nur zwei und? nichts habt ihr das gesehen? sieht noch suchen wir weiter ich werde hier suchen schön schnauze ich arbeite wieder nicht hört alter das ist doch geil schnauze ne eigentlich nicht einige scheiße wie jetzt genickbruch kopf verdreht mit dem fuß jetzt gucken wir hier nochmal nach hier war ich noch nie ich war so froh jedes mal dass ich hier durch war so und jetzt sind nichts wie weiter geht warte mal also da vorne merke da vorne ist verstopft und hier kommt auch keiner durch und gleich woher kommen die her? weiß ich nicht komisch ne? ja ja kein Ziel wiederholen kein Ziel was da Stellung halten und auf Verschärkung haben ja ja da kommt ja klar um die Ecke und den anderen müssen wir dann so über äh um um umlegen hey ich brauche aber wesentlich keine Gasmaske wo kommt der angerannt alter? der PC hatte einen Ladefehler der hatte Jagdforscht gefüttert warum? zeig dich verspreche weil er zurück äh weil er zurückgerannt ist ja alter das greifen hat aber nicht so funktioniert wie du wolltest ne manchmal können die noch äh ausreißen warte vielleicht kommt doch oh ich hab doch gesagt warte jetzt versteckt er sich hinter der Mauer ja wir holen ihn atmen und er hat Schiss so ein Schisser alter ja hier war die die beste boah fick dich alter wie ist die bescheuert ey schönes Gesicht Matscher oh mein Gott yeah zwei Brotfresser weniger ja du tust was für die Umwelt klar weniger Menschen heißt weniger Klippern hier komm ich drüber her ja ja ne ok aber du musst durch den ähm durch die Bahn durch ja aber ich frag mich gerade echt wo ich her kam ja hier von hier aus kamst du jetzt muss ich tauchen ach das erste Palettenboot geht ab oder was ach das erste Palettenboot geht ab oder was bleibst du hier und jetzt habe ich jetzt mal zuhören können was ich hätte zuhören können naja ich finde es aber eine schöne abwechslungsreiche so hier ist die Leiter das muss ich erstmal probieren ne war ja klar ja aber vorher hätte ich die die Palette hier nicht ähm ähm aktivieren können und vor allem in Realität hättest du die Leiter packen können und rausziehen ja ja runterziehen ja ey ich erkenne hier kein bisschen steigt drauf steigt drauf highly ok willkommen bei MS ja guck dir das mal an MS Wasser Air warm Palettenboot 2.0 eigentlich wollte ich sagen bitte warten sie bis das Boot äh an dem Steg ist und dann können sie jetzt aussteigen aber hm wie kann man eigentlich mit einer Gasmaske tauchen was rauchen? tauchen tauchen ähm geht das überhaupt? weiß ich nicht ja so ein Typ hier hatte noch äh ah ne das war drüben hm egal der Typ hatte noch nen Zettel ja da stand auch bloß drinnen hier irgendwie haben wir haben wir oben was gehört und äh ja haben wir uns hier rein äh geflüchtet und äh jetzt sind sie im Arsch mhm ja genau ich seh Licht LICHT oh nein es ist doch nur der entgegenkommende Zug äh 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 hey also ähm wegen Tess ich weiß nicht mehr was ok ich sag dir mal wie es abläuft erwähne nie wieder Tess niemals es ist besser wir behalten unsere Geschichten für uns zweitens zweitens erzähl niemanden von deinem Zustand man wird dich für verrückt halten oder töten und drittens du tust was ich sage wenn ich es sage alles klar bipp dich klar wiederhol es was du sagst zählt gut da ist deine Stadt ich war mal nadelig ein Typ dort schuldet mir was kann sein dass er ein Auto für uns hat haha ok los gehen wir ja und damit würde ich sagen beenden wir diese aufnahme session wieder mal ja diese diese session aber scheinbar laufen die noch weiter ja also ich ja wie lange wird es schneller gehen ja naja sagen wir mal die Aufnahme wir nennen mal die Aufnahme komplett nicht ich habe ich habe sowas noch nie gesehen so ja ja dem wasserkorn und Turm kommen wir dann in der nächsten Folge näher ja gut ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zuschauen schaltet wieder ein wenn es wieder heißt the last of us ja genau bye bye